hi ho und willkommen zurück meine lieben undertale freunde okay am hauptmenü hat sich immer noch nichts verändert da wir immer noch nicht sehr viel weiter gekommen sind wir hängen ja immer noch in hotlands fest mehr oder weniger nämlich im mtt resort aber ja ich denke mal wir können einfach jetzt weitergehen und zum kern wie man den hübschen schild hier sehen kann wovon we thought of a papyrus dann drei nun a hotel cool i've never stayed at a fancy hotel really me neither papyrus we should go on a vacation sometime yeah let's vacation to a hotel yeah well maybe we would go someplace beside the hotel too oh i was being sarcastic i would never take a vacation for any reason okay gibt's hier aber auch was careful i've heard that hotel has a dog problem oh no pets allowed huh i'm not talking about pets what's the problem the problem is dog what's wrong with dogs not all dogs just that one what's wrong with it everything yeah i read it for the boot in the letzten room so you hate this dog but like weird talking flowers the flower is my friend i mean if having an imaginary friend makes you happy oh my god he's not imaginary he has a name what's his name fle flowery oh my god you just made that up okay i did but he's real wow a fancy restaurant who needs that who needs that your friends are great chefs well maybe you our cooking abilities aren't exactly perfect ah they totally are eat up punk you hear spaghetti drop against the receiver yeah so funktioniert das nicht isn't friendship delicious yeah auf jeden fall good das heißt wir können jetzt in the core heading into the core the core is a huge tower of electric energy so i don't think you've only worked through it oh no what will you do without us that's something you have to do right well even without words we'll be with you in spirit okay yeah you can't get rid of us we are counting on you so don't mess up we are not going to say goodbye to you just yet yeah ring huh who are they nobody else is supposed to be here oh well we can't worry about it now click ja wir betreten jetzt den core warum auch immer alphys kann uns erreichen ring ready this is it take the elevator up to the top of the core the elevator isn't working what the elevator should be working well then go to the right and keep heading up ja wir können mal kurz gucken wir haben sehr viel g wir brauchen noch ein bisschen mehr g ring all right now just keep heading up huh that pit is on my map forget it let's try the left side okay also das war schon mal falsch von alphys jetzt ist sie total verwirrt ring okay you should be able to make it through here watch out magic pops out of its head waren da nicht gerade zwei act magic check magic attack 29 defense 24 this magical mercenary only says magic words please and thank you ja bitte und danke sind magische worte die zauberworte besser gesagt oh magic pierce at you with strange eyes und die Musik klingt cool magic clear minds stare talk magic interrupts you by chattering to itself it's gimmerisch this is you your defense robs by one abba kadabra wow oh 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 mama mia ja die steuerung ist jetzt ähm verkehrt herum staff corner of chaser of the unreal and chaser of was wegen bioglair hokus pokus oh ja wir sind immer noch verkehrt herum Au, das tut weh. Magic believes you are a fellow wizard. Magic, clear mind. You think of pollen and sunshine. Your confusion fades. Your defense is increased by two. Fokus, focus. Ja, jetzt können wir uns wieder normal bewegen. Nicht mehr verkehrt warum. So, dann sperren wir ihn mal und kriegen 60 G. That was close. Why are there so many monsters here? I mean, it's no problem, right? You've just got to keep heading forward. Click. Airgood, Magic ging einigermaßen. Looks like you can't proceed until you hit the switch, but those lasers will activate when you do. Looks like they come in this order. Orange, orange, blue. Got it, move until the third one. Click. Ja, es ist genau das Gegenteil, nämlich. Oh, der letzte hat mich erwischt, schade. Ring. Oh my god, are you okay? I'm sorry, I gave you the wrong order. Everything's fine, okay? Let's just keep heading to the right. Ring. Have crossroads. Äh, äh. Try heading to the right. Ring. Wait, no. I think you should head up. Nein, wir versuchen's jetzt mal rechts. Oder versuchen wir's doch nach oben. Ja, hier werden wir wieder enttackt von Night-Night. Locks the way. Night-Night. Mit der coolen Eule in der Mitte. Check. Night-Night. Attack 36. Defense 36. This Megaton verse there meets a good morning star. Good night. Ja. Wow. Ja, Disco-Musik. Night-Night smashes her morning star. Also, ist sie weiblich. Sing or the talk. Talk. You asked Night-Night about her day. There's no response. Adieu. Oh. Oh, hübscher Sternenregen. Night-Night watches brightly. Night-Night sing. You'll sing an old luluby and Night-Night starts to look sleepy. Close your eyes. Also, dem auszureichen geht ja eigentlich. Night-Night watches quietly. Night-Night sing. You keep singing. Night-Night closes its eyes a bit. Good night. Oh, ho, ho. Das war knapp. Night-Night smashes her morning star. Night-Night sing. You keep singing. Night-Night falls asleep. Night-Night is snoring. Night-Night, talk. We talk to Night-Night. She hums something in her sleep. Ja. Tschüss, Night-Night. Ring. Sorry, I... I... I thought that... Let's try the right path instead. Nick. Yeah, hier ist uns nichts mehr. Gut. Das heißt, wir können weitergehen. Oh, wieder Lasers. Wing. More Lasers. Okay, I... I won't mess around this time. I'll just deactivate the Lasers and let you go through. They are... They are not turning off. I can't turn them off. I... It's okay. I have this under control. I'm going to turn off the power for that roll node. Then you can walk across. Okay. Go. Click. Das macht mir Angst, die ganze Laserreihe. Wing. Wait. Stop. Whoa. The power is turning itself back on. Dammit. This isn't supposed to. I'm... I'm going to turn this off again. When it turns off, move a little and then stop. Okay? You won't get hurt. Yeah, jetzt müssen wir im Rhythmus gehen. Während Alpha ständig den Strom ausmacht, geht er wieder an. Putz da rauf. Wing. See? I've got everything under control. Everything is under control. Ja. Schön, Alpha's. Wing. Okay, you should... You should... I don't know. This does look like my map at all. I'm sorry. I... I... I have to go. Click. The air is filled with the smell of our soul. It fills you with determination. Und so, das ist eigentlich giftig, aber macht ja nichts. North. The warrior's path. Where's the sage paths? Any path leads to the end. East. The end. Also hier lang geht's zum Ende. Ja, hier sieht das jetzt sehr creepy aus. I cannot find, I cannot think, but with patience, I will make my way too. It's a force field. Ja, also da kommen wir zum Ende. To the east. This is the end. Ja. Und hier ist nichts. Ja, hier ist einmal ein bisschen im Kreis laufen. Ein kleines verwirrendes Labyrinth. Hier dürften sogar Gegner spawnen. Get lost and stay that way. Ja, hier kommen wir auch da raus. Genau. Traverse the northern room and the end will open. Ja. Ich will mich aber erst hier umgucken. Genau, hier kommen wir nämlich hier raus. Und ja, guckt mal. Da endet das Eis aus Snowden, was der Wolf die ganze Zeit ins Wasser wirft. Das ist also da, um den Chor zu kühlen. So have this path and the end will open. Oh ja, wieder sowas. Das kennen wir ja schon. Äh, nein. So, irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Das müsste eigentlich reichen, um das Ende zu öffnen. Aber, wir brauchen noch 200 G. Was steht hier? Why not relax and have a nice snack? Ja. There is a glam burger inside the trash can. Will you take it? Natürlich, you got the glam burger. Jawohl, jetzt haben wir einen glam burger aus dem Müll. Und dann, um den anderen Raum zu öffnen. Und dann, um den End wird öffnen. Jo. Das ist ein Kampfraum. Hier werden wir nämlich von... Wimsleud und Final Froget angegriffen. Das sind... Die digitierten Versionen der Gegner aus den Ruinen. Also Wimsleud und Froget. Wimsleud. Check. Wimsleud. Attack 34, Defense 12. It's finally stopped rowing. I've made my choice. Woof. Woof. Ja, und beide sind... Etwas aggro. Wimsleud planters silently. Wimsleud. Pray. You kneel and pray for safety. Wimsleud remembers his coins and... There's still hope. Skip jump. Oh, ja. Grönes Zeug, was wir einsammeln können. Wimsleud doesn't want to fight you anymore. Mercy. Skip jump. Oh. Wah. Ja. Und Final Froget ist böse am jumpen. The battlefield is filled with the smell of mustard seed. Final Froget. Check. Final Froget. Attack 30, Defense 25. It's huge, it's brighter and brighter. Woof. Ja. Jump ruhig. Final Froget. Dann tun wir's mal mystifying. You did something mysterious. Final Froget reconnizes. It has more to learn from this world. Toughful croak. Okay, I think it's not. Au. Final Froget sees well again to fight you. Spare. So, da haben wir schon mal 100 G. Und der nächste Gegner. Mercenaries emerge from the shadows. Werden wir erst mal magic los. Stare. Connor. Imitating Connor was weakened by your glare. Goodbye und Hocus Pocus. Uh. Oh. Whoa. Smats like starters. Magic. Talk. Magic interrupts you by chattering to itself. It's girish. This is you. Your defense drops by one. Ala-kazam. Adieu. Wow. Act magic. Clear mind. You have both pollen and sunshine. Your confusion abates. Your defense is creased by two. Please and thank you. Ja. Jetzt geht das ja wieder mit dem Ausweichen. So, mercy. Dass magic schon mal weg ist. Und so, jetzt müssen wir noch Night-Night loswerden. Night-Night. Sing. Just sing an old lulaby. Night-Night starts to look sleepy. Goodbye. Wow. Night-Night is aggro. Night-Night. Sing. You keep singing. Night-Night closes its eyes a bit. Good night. Yo. Act. Night-Night. Sing. You keep singing. Night-Night falls asleep. Night-Night is snoring. Spare. Unter 30 G. Und noch ein Gegner. What a nightmare. Ja, in der Mitte haben wir jetzt einen neuen Gegner. Final Froggit. Compliment. You complimented Final Froggit. It understands you perfectly. It attacks drop. Not not. Oh. Oh. Hohohoho. Vimselot flutters silently. Active. Active. Okay. Missifyen wir erstmal Final Froggit, dass wir den loswerden. Final Froggit recognized it has more to learn. Tough road pro. Ja. Au. Back with Final Froggit. I've made my choice. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Vimselot anbeten. Pray. You need a pray for safety. Vimselot remembers its coincidence. Don't give up. Take your last look. Oh. Da war ich zu gierig. So. Vimselot ist weg. Take your last look. So. Also ja, das ist ein neuer Bulli. Ich weiß gar nicht mehr, wie der alte hieß. Oh, wir brauchen mal ein Item. Never the instant noodles. You remove the instant noodles from their packaging. You put some water in the pot and place it on the heat. You wait for the water to boil. Ja, jetzt boilt das water. It's boiling. You place the noodles into the pot. 4 minutes left. Until the noodles are finished. 3 minutes left. Until the noodles are finished. 2 minutes left. Until the noodles are finished. Und wie ihr einfach gespannt zu uns beim Kochen zu seht. 1 minute left. Until the noodles are finished. The noodles are finished. They don't taste very good. You add the flavor packet. That's better. Not great, but better. You ate the instant noodles. You recovered 4 HP. Oha. Oha. Okay, challenge wir mal. Stand up to Astizmi. You dare defy me? Okay, da ist... Sieht er nicht gerne, dass wir uns mit ihm anlegen. Er pickt... Er schaut durch unsere Seele. Also, pick on. You pick on Astizmi. That's right. Wow, 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 wow. Astizmi doesn't care about fighting anymore. Dann weg mit dir. So. Klick. Und haben wir genug G? Ja, wir haben genug G für Tabby. So, dann können wir uns hier fertig umschauen und mal speichern gehen. Also ja, hier ist noch ein Mülleimer. There's 100 G inside the Trashcane. Will you take it? Klar, you got 100 G. Gut, ich würde mir jetzt nämlich gerne noch einen zweiten Glam Burger kaufen erst mal. There's 50 with the smell of a zone. It fits you with determination. So. Hier können wir ja ganz normal zurücklaufen jetzt, nachdem das Rätsel gelöst ist. Glam Burger kaufen und dann am besten noch etwas Geld verdienen, dass wir die 1000 G zusammen haben, die wir brauchen, um Temi nachher aufs College zu schicken. Passiert was, wenn wir da raus gehen? Nein. Also ja, Burger Pants. Gib uns den Glam Burger. Oh, der kostet ja nicht mal so viel. Dann geben wir uns gleich einen zweiten. Anytime, little buddy. Ja. Ich verdiene mir trotzdem mal kurz durch zwei Kämpfe nochmal 200 G dazu. Sicher ist sicher. Ich denke zwar, dass Temis College nur 1000 G gekostet hat. Ich habe ja letztes Mal noch nachgeguckt. Aber ich bin da lieber auf Nummer sicher. Ah, hier war nix. Bei der Stelle, wo wir jetzt gerade gekämpft haben, bei der kann man auch gut ein bisschen Geld farmen. Weil da immer ein Wimselot und ein Final Frogget auftauchen, die jedes Mal 100 G droppen. Und so weit ist das nicht mal. Wir müssen nämlich nur hier zweimal hoch und dann sind wir eigentlich schon fast da. Genau. Wenn wir jetzt hier langlatschen, müssen wir normalerweise ein... Kampf kommen?